Jo Leute, ganz schnell ein ganz kurzes News-Video. Ich wollte euch sagen, in ein paar Minuten beginnt der Stream um 18 Uhr in den Streamern, in dem ich komplett vorhabe, komplett, 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 Bioshock durchzukomplettieren. Zocken. Drach. Also 18 Uhr Stream, ich hoffe ihr seid da. Mein Tut-Tschüss-Tremmer unten in der Beschreibung ganz unten. Das sind die ganzen nächsten Social Media. Pah. Und so. Und als zweites will ich sagen, ich muss mich entschuldigen, dass in letzter Zeit die Videos alles ein bisschen unpünktlich kamen und alles war sehr unorganisiert. Ich weiß nicht, ich hatte in letzter Woche irgendwie ein bisschen, ein bisschen Motivationsprobleme aufzunehmen, um das alles rechtzeitig zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Wetter, irgendwas anderes. Es gibt eigentlich keine Ausrede. Ich habe ein bisschen verkackt, aber jetzt werde ich versuchen, wieder alles pünktlich hochzuladen, bla 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 bla. Also alles wieder so, wie es sein soll. Tut mir leid, für letzte Woche ist es halt ein bisschen... Und morgen kommt übrigens das 2000-Abo-Special um 19.30 Uhr. Könnt euch drauf freuen. Ja, okay. Das, äh, ja. Dann streamen. Wir sehen uns gleich. Ich, äh, ja.